Es ist nämlich das Wichtigste beim Fotografieren, dass man Augen hat. Genau. Ja, die Leute machen mich ja hokus pokus und jetzt kann ich wieder sehen. Thomas, weißt du noch, wo wir jetzt hinfahren? Nein. Ich bin so froh, diesen Roadshow zu machen. Ich bin dabei, ihm zu helfen, dass er noch fotografieren kann und das hält ihn wach. Jeder von uns kennt die Fotos von Thomas Höpker. Einer der weltbesten deutschen Fotografen. Langjähriges Mitglied, jahrelanger Präsident der renommierten Agentur Magnum. Für den Stern und später für die Agentur Magnum hat Höpker die Welt bereist. Thomas Höpker, was suchen Sie, wenn Sie durch Ihre Kamera auf die Welt blicken? Ich habe durch dieses kleine Loch geschaut, über 50 Jahre, um Bilder zu finden in der Realität. Das ist wunderbar. Komm mal, Leute. Willst du mir ein Bier? Das ist das, was wir für Frühstück machen. Gute Bilder sind selten. Und ein gutes Foto zeigt eigentlich immer die Ansicht des Fotografen. Das ist wirklich so der Hinbegriff des Nichts. Ja, wie fotografiert man nichts? Das ist nicht so einfach. Du wirst schon was finden. Ich gucke, was es im echten Leben gibt und zwicke mir da so ein Scheibchen raus. Möchtest du auch was? Möp, möp. Schmeckt dir nicht, hm? Möp. 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 Ist gesund. Keine Antwort. Schmeckt dir nicht, wie sich im Pourstetal rasiert hilft, dich. Dann schäbt dir nicht. Wir machen. So, ja. Das ist ganz so, wie bei ihm oder dem Haus Kant shiny, wenn meine Schauspieler zu konfl unders questi Konflikarincome eingehen. Ich nehme das nicht so, wie wenn man sich smashing Sie sich um ausschaut hat, Und darüber nach modification. Wenn Sie da nach consulting zu tum. Vielen Dank. Vielen Dank.